Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Pilze kurz und bündig vorgestellt. Heute geht es um einen echten Hochsommerpilz, der trockene, sommerliche Witterung bevorzugt, und zwar den schuppigen Sägeblättling. Warum heißt er jetzt so? Ja, ihr könnt es schon sehen, er ist sehr, sehr schuppig. Schaut euch mal den Stiel an, aber auch auf der Hutoberseite. Ja, und warum Sägeblättling? Ja, die Art besitzt Lamellen, die an Sägeblätter erinnern. Richtig schön uneben gezackt, wie so ein kleines Sägeblatt und deswegen Sägeblättling. Der schuppige Sägeblättling ist kein Speisepilz, der bewohnt gerne alte Nadelholzstümpfe und ist, wie beschrieben, gerne im Hochsommer unterwegs, also gerade jetzt im Juni, aber auch im Juli und August sehr häufig zu finden. Sägeblättling 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 Sägeblättling